Täschchen kann man ja nie genug haben und auch nie genug nähen und deshalb möchte ich heute mit dir diesen praktischen Beutel nähen, der als Leckerlibeutel fungiert oder eben auch als coole kleine Sammeltasche für die Kiddies, für Steine und Co. Hey, hallo, hallo, schön, dass du mal wieder auf dem Snapply YouTube Kanal vorbeischaust. Ich bin Steffi, vielleicht kennst du mich schon von meinem Instagram-Account voll 1000 schön oder hier von YouTube. Ich freue mich, dass du heute wieder eine coole Nähanleitung mit mir testen willst. Wir wollen heute zusammen dieses mega praktische Täschchen nähen. Genäht wird dieser Leckerlibeutel am besten aus beschichteten Stoffen, dann hast du da auch nicht groß den Dreck drin. Da eignen sich diese beschichteten Rucksackstoffe, Rollskin, beschichtete Baumwolle, beschichtetes Leinen und Co. Das findest du natürlich alles im Snapply Online Shop in Hülle und Fülle. Da findest du natürlich auch die ganzen anderen Materialien wie Gurtband, Karabiner, Druckknöpfe und Co. Und ich habe dir einfach alle Materialien, die ich benutzt habe, in der Infobox nochmal verlinkt. Da gibt es auch den Link zum Snapply Shop. Die Bildanleitung Schritt für Schritt und das Gratisschnittmuster findest du im Snapply Magazin. Habe ich dir in der Infobox verlinkt. Da findest du dann alle Angaben nochmal ganz genau. Es lohnt sich immer im Snapply Magazin mal vorbeizuschauen, denn da gibt es echt jeden Monat coole neue Nähanleitungen. Viele, viele Gratisschnittmuster, auch mal Plotterdateien und vieles mehr. Also ruhig mal reinschauen. So und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los ran an die Stoffe, Schnittmuster ausdrucken und los geht's. Wir nähen zusammen diesen Leckerli-Beutel oder eben das Sammeltäschchen, ganz wie es für dich gerade passt. Geil, ob du das Täschchen jetzt als Leckerli-Beutel oder als Sammeltäschchen für die Kids benutzt. Beschichtete Stoffe eignen sich auf jeden Fall deutlich besser als unbeschichtete, denn dann kannst du die einfach abwischen und das Ganze ist ja auch für den Outdoor-Bereich gedacht. Ich nutze für meine Varianten hier zwei verschiedene Stoffe oder zwei verschiedene Muster. Einmal eins für den Torso und eins für die aufgesetzte Tasche und den Tunnelzug oben. Dann brauchst du noch Garn, Gummikordel, einen Kordelstopper, dann noch ein bisschen Gummiband und zwei Ösen oben für den Tunnelzug. Und wenn du magst, noch einen Camp-Snap oder einen Druckknopf, um die aufgesetzte Tasche zu unterteilen. Für diese Sachen brauchst du dann natürlich auch noch das entsprechende Werkzeug, also zum Beispiel die Vario-Zange und die Camp-Snaps-Zange. Wenn du Stoffe hast, wo dir das Muster besonders gut gefällt, die aber nicht beschichtet sind, kannst du die auch total super mit diesem Odi-Code beschichten. Damit wird normaler Baumwollstoff dann zum Beispiel zum Wachstuch und dann kannst du den auch super für die Täschchen verwenden. Jetzt druckst du dir den Papierschnitt in 100% ohne Seitenanpassung aus und schneidest die Stoffstücke zu. Nahtzugabe ist schon enthalten. Du brauchst zweimal aus Außenstoff das Schnittteil für das Täschchen und fürs Futter einmal aus Futterstoff. Ich nehme da auch einen beschichteten Stoff und das Futter schneiden wir im Stoffbruch zu, sprich das hat unten keine Naht. Dann brauchst du zweimal das Teil für den Tunnelzug, das wird auch im Stoffbruch zugeschnitten und zweimal das Teil für die aufgesetzte Tasche. Dann nehme ich hier einfach einmal ein Stück von beiden Stoffen. Ja, und wenn du das zugeschnitten hast, dann starten wir direkt mit der aufgesetzten Tasche. Dafür legst du die beiden Stoffteile rechts auf rechts, also die schönen Seiten aufeinander und fixierst die beiden langen Kanten mit Stoffklammern. Diese Nähte, die schließt du an der Maschine mit einem Zentimeter Nahtbreite. Stichlänge bei den beschichteten Stoffen so ja mindestens 3,5, gerne auch 3,7 und höher und am Anfang und Ende der Naht gut verriegeln. Die Nahtzugabe, die kannst du dann auf die Hälfte zurückschneiden. Ich mache das hier mit einer Zackenschere, dann franzt auch nichts, obwohl das gerade bei den beschichteten Stoffen natürlich jetzt eh nicht so ein Thema ist. Ja, und dann kannst du das Teil für diese aufgesetzte Tasche auch schon wenden und wenn dein Stoff es verträgt, einmal ordentlich ausbügeln. Ansonsten kannst du das, so wie ich hier, jetzt auch fingerbüdeln oder mit so einem Kantenformer ausformen. Jetzt schaust du mal, wie breit dein Gummiband ist, was du da gleich zum Einkräuseln durchziehst. Lässt einfach oberhalb der Kante so ein Stückchen Platz und unterhalb nochmal genauso viel. Steckst dir da eine Klammer rein, ja und das messe ich jetzt nochmal ab und dann weiß ich, den Tunnelzug, den ich abnähen muss, der ist 2 cm breit. Und dann suche ich mir entsprechend die Markierung auf meiner Nähmaschine und steppe dieses Taschenteil jetzt bei 2 cm Breite einmal ab am Anfang und Ende der Naht wird verriegelt. Das Gummiband, das schneidest du dir einmal auf die Länge von dem Papierschnittteil zu und fädelst das dann mit einer Sicherheitsnadel oder einer Durchfädelhilfe in den gerade abgenähten Tunnelzug ein. Wenn du das Band so weit durchgefädelt hast, dass es an der einen Seite nur noch ein Stückchen rausguckt, dann fixierst du das da innerhalb der Nahtzugabe, also mit weniger als 1 cm Nahtbreite an der Nähmaschine vorher einmal kurz festklammern. Und dann kannst du es an der anderen Seite auch weiter rausziehen und kräuselst das Ganze dann so zusammen, dass das Stoffstück, was du dann hast, oben die Breite von dem Papierschnittteil hat. Dann kannst du das Gummiband auch an der anderen Seite mal eben an der Nähmaschine festnähen. Jetzt markierst du dir die untere Mitte von dieser aufgesetzten Tasche und hältst das dann auf dem Papierschnittteil an die Mittelmarkierung und übernimmst dir mit einem Trickmanaka oder mit Stecknadeln oder Klammern die Markierungen für diese Kellerfalte, die wir gleich einlegen. Diese Falte, die wird gleich nach innen eingelegt, damit kriegt der Stoff unten dann die gleiche Breite wie oben, denn da ist er ja schon eingekräuselt. Die Mitte, die markierst du dir jetzt am besten mit einer Stecknadel einmal. Vom Papierschnittteil übernimmst du dir auf die Außenstoffteile die Knipse für den Ansatz der Tasche. Das sind die da unten, diese kleinen Striche, die kannst du einfach einmal kurz innerhalb der Nahtzugabe einschneiden und dann nimmst du dir ein Patchwork-Lineal oder so ein Handmaß und ziehst mit einem Trickmarker oder einer Schneiderkreide eine Verbindungslinie von einem Knips zum anderen. Und damit hast du dann die perfekte Ansatzlinie für deine aufgesetzte Tasche erhalten. Das Taschenteil steckst du jetzt mit der Mitte, die du mit der Stecknadel markiert hast, auf die Mitte dieser Linie. Ich habe mir hier vorher unten am Taschenboden die Mitte markiert. Das ist ein Anhaltspunkt und dann steckst du das einfach fest. Und dann steckst du zunächst diese kurzen Seitenteile an den Seitenteilen des Taschenoberstoffes fest. Das machst du an beiden Seiten. Ziel ist es jetzt, die Tasche unten genau auf dieser markierten Linie zu fixieren. Du hast ja jetzt eine Mehrweite und das ist diese Kellerfalte. Das heißt, die nimmst du dir, schiebst die so ein bisschen nach oben und legst diese Falte zur Mitte hin ein. Das machst du an beiden Seiten. Das heißt, die treffen sich oberhalb dieser Stecknadel, die die Mitte fixiert. Und dann steckst du das ein bisschen fest und steppst das knappkantig, also mit einer Nahtbreite von 0,2 an der Maschine auf dieser Linie auf. Stichlänge bleibt hier die ganze Zeit eigentlich so im Bereich 3,7. Am Anfang und Ende der Naht wird verriegelt. Und die Seiten, die sind ja jetzt noch offen, die kannst du einmal innerhalb der Nahtzugabe auch fixieren. Dann hast du auch da das Taschenteil auf das Vorderteil genäht und dann ist das alles schon mal fest. Jetzt nimmst du dir das hintere Taschenteil dazu und steckst das alles rechts auf rechts aufeinander. Steckst die Seitennähte zu und auch unten den Boden. Den kannst du auch direkt einmal zustecken. Diese Nähte, die schließt du jetzt an der Nähmaschine mit einem Zentimeter Nahtbreite. Am Anfang und Ende der Naht wird jeweils wieder verriegelt. Die Stichlänge, die bleibt, so wie wir sie die ganze Zeit jetzt schon hatten, bei ungefähr 3,7. Wunder dich nicht, eine Wendeöffnung brauchen wir hier bei diesem Projekt nicht. Das lösen wir später über den Tunnelzug anders. Die kleinen Ecken unten, die sind jetzt noch offen und die bilden den Boden. Die ziehst du jetzt einfach so ein bisschen auseinander und legst Naht auf Naht, also die Seitennaht auf die Naht vom Boden. Die Nahtzugaben, die legst du einfach auseinander, fixierst das Ganze mit einer Klammer und nähst das dann an der Nähmaschine mit einem Zentimeter Nahtbreite ab. Danach kannst du dann diese abgenähten Ecken in der Nahtzugabe ein bisschen zurückschneiden, so ungefähr auf die Hälfte. Dann legt sich das hinterher alles schön ordentlich aus. Jetzt geht es ans Futterteil. Das haben wir im Bruch zugeschnitten. Das steckst du rechts auf rechts, also die schönen Seiten aufeinander, klammerst die Seitennähte zu und schließt die mit einem Zentimeter an der Nähmaschine. Und auch wie gerade werden hier die Ecken, die sind ja noch offen, wieder aufeinander gelegt und genau wie gerade beim Oberstoff geschlossen. Und dann ist das Futterteil schon fertig und du kannst das wenden. Das Außenteil sieht auch schon mal ganz gut aus. Die Tasche ist aufgesetzt, Seitennähte, Boden und Ecken sind geschlossen. Wenn du magst, bringst du an der aufgesetzten Tasche jetzt noch einen Druckknopf oder einen Camp-Snap an. Dann hast du eine unterteilte Tasche. Ich finde das ganz praktisch. Dafür brauchst du auf jeden Fall entweder Wonder Dots, wenn die auf dem beschichteten Stoff halten oder sonst einfach zwei Kreise aus Snap-Pap und eine Camp-Snaps-Zange, die Aale und dann jeweils Stud und Soccer, sodass du zusammen mit den Caps dann ein paar Camp-Snaps bekommst. Dann markierst du dir so einen Zentimeter unterhalb deiner Tunnelzugnaht einen Punkt in der Mitte und stichst den mit der Aale durch. Nämlich beim Snap-Pap-Stück, was du dir vorbereitet hast, als Verstärkung machst du das genauso. Ja, und dann bringst du einfach einen Camp-Snaps gemäß der Anleitung an. Da verlinke ich dir hier oben einfach mal das Video zur Anleitung. Da gibt es was ganz Tolles von Handmade bei Anilove. Als nächstes brauchst du dein 30 Zentimeter langes Gurtbandstück und den Karabiner. Jetzt markierst du dir auf der Rückseite von der Außentasche erstmal die hintere Mitte mit einer Stoffklammer, also einfach so Seitennaht auf Seitennaht legen, den Stoff zusammenziehen und dann kannst du die Mitte markieren. Von diesem Punkt aus markierst du dir einen Strich, drei Zentimeter gemessen ab der oberen Kante, nimmst ein kleines Stück Wundertape und klebst das unter diesen Strich. Und jetzt nimmst du dein Gurtband zur Hand und klebst das mit einer Kante genau an diese Markierung. Und auf dem Gurtband, da misst du dir jetzt gleich wieder drei Zentimeter ab, klebst auch hier eventuell ein Stück Wundertape drauf, das macht die ganze Sache einfacher und klappst das dann an diesen drei Zentimetern nach oben. Und dann kannst du das oben an der Kante, links und rechts, einfach mit so einer Stoffklammer fixieren, dann ist das für den Moment schon mal fest und der nächste Schritt wird ein bisschen einfacher. So, und wenn du das da oben fixiert hast, dann kannst du deinen Karabiner erstmal aufs Gurtband fädeln und dann müssen wir gleich diese beiden Fixierungsklammern wieder lösen, denn die noch offene Seite vom Gurtband, die legen wir unter das Gurtband, was du jetzt da außen siehst, das heißt, die stößt dann mit der anderen Kante zusammen. Das siehst du jetzt hier, die liegen dann gleich Kante an Kante und erst dann wird das Ganze festgenäht und dann sind diese beiden Schnittkanten einfach schön versteckt. An der Oberkante kann man das Ganze dann wieder mit zwei Stoffklebs einfach ein bisschen festklammern und dann wird das Gurtband erst aufgesteppt. Am besten machst du das mit einem Quadrat oder so einer X-Box, sprich ein Quadrat und noch so ein X dadurch. Wichtig ist, dass du oberhalb dieser Anstoßkante anfängst, das heißt, du fängst oberhalb dieser Markierung an, wo die beiden Gurtbandenden aufeinander treffen. Genau, am Anfang und Ende der Naht gut verriegeln. Ich habe nochmal eine Naht darüber gemacht. Jetzt geht's an den Tunnelzug. Du nimmst dir ein Tunnelzug-Schnittteil und faltest das in den Stoffbruch und übernimmst dir dann vom Papierschnittteil die Markierung für die Ösen. Auch hier brauchst du entweder wieder Wonder Dots oder zwei Snap-Pep-Teile. Ich habe mich hier für die Snap-Pep-Teile entschieden, weil die Wonder Dots bei mir auf dem beschichteten Stoff nicht so gut gehalten haben. Ja, und dann lochst du diese Teile aus Snap-Pep erstmal mit der Vario-Zange vor und machst eben auch gemäß deiner Markierung, die du gerade gesetzt hast, Löcher für die Ösen. Ja, und dann werden die Ösen auch schon eingesetzt. Da kannst du auch nochmal in der Anleitung von deiner Zange gucken. Das variiert immer so ein bisschen nach Hersteller. Ja, da wird dann einfach das schöne dickere Teil von außen durchgeschoben. Der Snap-Pep-Ring als Verstärkung aufgesetzt, dann kommt der schmale Ring drüber und dann wird das Ganze mit der Vario-Zange oder eben dem Werkzeug deiner Wahl im Stoff fixiert. Wenn die Ösen drin sind, dann nimmst du das zweite Tunnelzug-Schnittteil dazu, legst die beide rechts auf rechts und fixierst die Seitennähte mit Stoffklammern. Diese Nähte, die werden dann an der Nähmaschine mit einem Zentimeter Nahtbreite geschlossen am Anfang und Ende der Naht wird verriegelt. Wenn du das gemacht hast, kannst du auch hier die Nahtzugabe wieder um die Hälfte kürzen. Ich mache das hier wieder mit einer Zackenschere. Ja, und dann wird das Tunnelzug-Schnittteil erstmal gewendet und dann nach innen umgestülpt. Das war ja im Stoffbruch zugeschnitten. Das heißt, du formst das jetzt hier so ein bisschen aus und dann schlägst du die offenen Kanten aufeinander. Sprich, du hast dann innen und außen eine schöne Seite. Die Seitennähte, die klammerst du aufeinander und dann machst du das Ganze rundherum auch. Den Tunnelzug hier oben, den brauchen wir jetzt bei diesem Schnitt nicht abnähen. Das ist ja nicht so breit. Das heißt, du kannst dann gleich dieses Teilchen hier unten an den offenen Kanten einmal innerhalb der Nahtzugabe, also mit weniger als einem Zentimeter Nahtbreite, an der Maschine schließen. Dann hast du schon mal ein fertiges Teil und das macht das Annähen gleich deutlich einfacher. Nun brauchst du deine Außentasche. Die schaut dich auch mit der schönen Seite an. Und die Futtertasche, die ist auf links gedreht. Und die steckst du jetzt in die Außentasche. Das heißt, du siehst dann innen auch nicht die Nahtzugaben, sondern nur die schöne saubere Naht. Steckst hier erstmal die Seitennähte aufeinander und dann die Oberkanten aufeinander. Das Tunnelzugteil, das wendest du dir jetzt so, dass die Ösen an der Innenseite liegen. Und dann stülpst du das über die Außentasche. Die Ösen, die zeigen dabei zum Vorderteil. Die wollen wir ja gleich vorne haben. Und dann ziehst du das hier einfach nochmal über dein Außen- und Innentäschchen, was du zusammengeklammert hast. Und steckst auch hier zunächst die Seitennähte aufeinander. Und dann alles an der oberen Kante fest. Da kannst du dich jetzt einfach der Klammern bedienen, die da schon drin sind. Und kannst das dann einfach etappenweise oben in der Rundung stecken. Anschließend wird das Ganze an der Nähmaschine mit exakt einem Zentimeter Nahtbreite angenäht. Das ist echt total wichtig, hier genau wirklich diesen Zentimeter einzuhalten. Also wirklich schön ordentlich stecken alle Lagen aufeinander. Und dann wirklich beim Nähen darauf achten, dass du das bei genau einem Zentimeter zusammennähst. Denn diesen Zentimeter, den brauchen wir gleich noch, um das Ganze zu vollenden. So sieht das dann aus. Gegebenenfalls nochmal nachbessern. Also entweder die Nahtzugabe ein bisschen zurückschneiden oder sogar nochmal auftrennen und nochmal neu nähen. Aber der Zentimeter, der muss sitzen. Dann das Tunnelzugteil nach oben ziehen. Und da siehst du ja jetzt diese Naht mit einem Zentimeter, die wir gerade sehr exakt genäht haben. Und darum schlägst du jetzt das Tunnelzugteil. Du hast das ja nach oben geklappt. Und jetzt rollst du das einfach so da drum. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte man da ein Schrägband angesetzt. Und steckst das an der Oberkante fest. Das Ganze machst du rundherum. Und jetzt weißt du auch, warum wir diesen Zentimeter so genau einhalten mussten, damit das einfach eine schöne, saubere Kante gibt. Und so schaut das dann aus. Der Tunnel liegt schön glatt innen. Da musst du auch gucken, dass das alles glatt liegt, dass du dir jetzt gleich keine Fältchen einnähst. Denn wir steppen das Ganze jetzt von außen im Nahtschatten ab. Sprich genau in dieser Naht zwischen dem Tunnelzug und dem Außenstoffteil. Die sieht man dann von außen gar nicht. Das siehst du hier. Also wirklich genau die Füßchenmitte in dieser Naht langlaufen lassen. Ich habe mir auch den Anschiebetisch von meiner Nähmaschine jetzt abgemacht. Dann kann ich das besser um den Freiarm laufen lassen. Schön langsam nähen, einmal rundherum am Anfang und Ende der Naht gut verriegeln. Wenn du magst, kannst du dann jetzt das Gurtband nach oben klappen und auch da nochmal an dieser Nahtschattennaht ein paar Mal vor und zurück nähen. Das gibt dem Karabiner und dem Gurtband nochmal ein bisschen mehr Stabilität. Ja, so schaut das dann aus. Eine fast unsichtbare Naht. Jetzt hast du es eigentlich schon geschafft. Du musst nur noch die Gummikordel einfählen, den Kordelstopper aufziehen. Ja und dann, dann ist dein Täschchen, Sammeltäschchen oder Leckerlibeutel, egal für welchen Zweck du das gebrauchen möchtest, auch schon fertig. Ja, das war es schon. Es war ja gar nicht so schwer, glaube ich. Und ich freue mich, dass du mitgenäht hast. Vielleicht magst du uns unter dem Hashtag Snapply verlinken und uns deine Kreationen zeigen. Dann sehen wir, was du für einen Leckerlibeutel oder für eine Sammeltasche gezaubert hast. Ansonsten, lass gerne ein Like da, abonniere hier den Kanal, denn hier gibt es immer wieder coole neue Videos und teile auch gerne das Video. Wir freuen uns auch, wenn du auf dem Snapply Instagram Account vorbeischaust, denn da gibt es fast täglich richtig coole neue Nähinspirationen. Und ich sage jetzt, ciao, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachnähen. Viel Spaß beim Nachnähen.